hallo mein name ist barthalo und ich freue mich dass du den weg auf meinem kanal zu mir gefunden hast was bietet der kanal für dich sehr viele möglichkeiten an simulationen spiele flugsimulationen ets2 und vieles mehr natürlich nicht nur an software sondern auch hardware möglichkeiten ich probiere sehr vieles aus aber dazu gehe ich einen eigenen playlist mann wie gesagt das soll ein intro sein für euch dass ich euch nicht vorstellen kann was auf dem kanal zur zeit so läuft andere sind auch spielekonsole wie die Nintendo switch rei der pokémon schwert diamant pearl also alles neue heute natürlich auch viele andere spiele freue mich auf jeden fall wenn du den kanal weiter empfehlen würdest twitch youtube und natürlich auch auf anderen solchen media plattformen danke fürs alt ansehen und wir sehen uns ciao